So, Harry Ukeboy, meine Damen und Herren, erklärt jetzt, was los ist. Also, die Zündkerze vom VW-Bus ist mit einem rausgefloppt unterwegs. Peng! Da das Gewinde vom Vorbesitzer verschrottet wurde und jetzt kein Gewinde mehr da ist, beziehungsweise nur noch zwei Gewindegänge. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Den Salat! Und wir sind in so einer Stimmung. Aber so, Showmaske on! Die Tour wird laufen und wir werden kein Konzert verpassen. Kein einziges. Kein einziges? Kein einziges. Yeah!